Hallo Leute und willkommen zum Let's Play RPS Online. Wir spielen hier ein ICQ Online Spiel. An der Skype-Leitung ist mit mir hier The Craker. Hallo. Günther. So, ich platziere hier ganz unauffällig meine Fahne, nämlich mal hier. Und jetzt kann ich noch einen Holztypen auswählen. Ihr seht, dass wir nur aus der Sicht von ihm. Ja, genau. So, Start Game. Ihr seht es hier, normale Steinschere-Papier-Regeln. Der mit der Fahne, wenn der Erbisch will, ist das Spiel vorbei. Also der die Fahne Erbisch hat gewonnen. Der Holztyp zerschlägt alle. Und ich fange jetzt einfach mal an. So. Übrigens wer drei Sieger hat gewonnen. Drei Sieger. Bester Fall, ja. Alles klar. Ich seh natürlich nicht, was er hat, außer wir hatten schon ein Duell. Das demonstriere ich mir kurz. Duell. So. Papiere schlägt Stein. Ich hab ihn getötet. T. Blüten. Blüten. So, wir haben jetzt dasselbe. Das heißt, wir können jetzt wählen, was wir jetzt nehmen. Stein schlägt Papiere, äh, Papiere, Schere. Ich hab gewonnen. So. Weiter vor. Aha, er greift nicht mit dem Hinteren an mit einer Worten. Vielleicht ist das jetzt schon seine Fahne. Ah. Ist das seine Fahne? Ist das seine Fahne? Nein. Au. Ey, Alter, woher weiß ich das denn immer? Ja, ich bin gut im Moment. Ah, schade. Das ist nur Glück. Das war's. So. So. Red turn. Blüten. T. Red turn. Ähm. So. Alter. Gut. Du wirst. Red turn. Ich kann mir vorstellen, dass er, die Dreißigkeit besitzt, seine Flagge in die erste Reihe tue. Oh, es ist ein Holzbeutel. Blüten. Scheiße. Ah, das gleiche. Blüten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Du wirst. Red turn. Blüten. 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 Alles Taktik, ich gehe jetzt gleich mal doppelt auf Offensive. Red turn. Blüten. Blüten. Red turn. Blüten. 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 Alles Taktik hier. Alter. Wien. Red turn. Blüten. 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 Ich sehe schon, der hat eine Schere, das heißt, mit dem lasse ich mich jetzt gar nicht ein. Blüten. 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 Red turn. So, jetzt weiß ich schon, quasi, welcher seiner ist und zwar der mittlere hier gleich. Blüten. 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 Und wenn ich das gewinne, ja. Blüten. 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 Gewonnen. Wieso 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 jetzt dran? Blüten. Blüten. Wieso 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 dran dran? Blüten. Aber ich weiß zumindest schon mal, welcher deiner ist. Blüten. 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 Er zieht sich zurück. Blüten. Dann drücken wir mal weiter vor. Und. Und. Nein. 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 die 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 klar überlegen jetzt sind drei vier Chancen das Ding klar zu machen du bist übrigens ich überlebe man hat nur 10 Sekunden Zeit egal er hat sich nur einmal kurz betrunken du weißt ja welcher ist es ne ich weiß es schon ja außer du blöds jetzt total und es ist ein ganz anderer das kann eigentlich nur noch Freistück sein das würde ihn natürlich auch ähnlich sehen guck mal die jawoll D 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 Nein, was tue ich? Oh, das war blöd, das war blöd. Was hat der? Was hat der? Was macht er denn? Was macht er denn? Oh, ich habe gewonnen. Was hast du denn gemacht? Ja, ich musste doch irgendwie zurück. Du musstest mich angreifen. Ja, ich kann aber nicht quer anreifen. Aber du hättest mit dem Link angreifen können. Nein, das war diese eine Teil, das ist eine Teil. Weiß man? Aha. Ja, steht auf jeden Fall, das ist nur jetzt für mich. Äh, ja, dann gleich mal weiter. Zweites Spiel. So, wo ist jetzt mal die Flagge hin? Hier. Start Game. So, wir fangen an. Jetzt ist er gewonnen. Welcher ist es diesmal? Ja, Alter, das ist so ein Kuh. Das ist jetzt natürlich volles Risiko. Ja gut, das war zu viel Risiko. Aber zumindest schon mal einer aus seiner vorderen Reihe. ausgeschaltet. Okay. Red, turn. Blut, turn. Komm, du bist der Rekord. Und so kann. Red, turn. Blut, turn. Voilà. Red, turn. er gibt mit ihm nach vorne das heißt vielleicht ist es schon einer von den beiden hier sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich wenn es er ist dann habe ich jetzt schon gewonnen ich dachte es ist es wäre der flagge weil das ein bisschen logisch gewesen du hast nicht versucht ihn zu schützen wieso bin ich schon wieder an die du bist doch schön nein aber ich habe mich gut vorgearbeitet schade dass es nicht aus der ecke war 3 3 1 1 1 1 1 1 1 es ist ein blöder holz 1 1 1 1 1 2 1 vorne aus der bisher auch schon ganz gut funktioniert ausgaben ruhig noch mal riskieren nein schade mord sich hinein mit ihm auf der ordnung nicht viel bringen aber gut das war so blöd Red Turn Blue Turn Red Turn Red Turn Blue Turn Red Turn Blue Turn Was sollt der das? Äh, ich bleib einfach mal stehen Scheiße Red Turn Blue Turn Red Turn Blue Turn Red Turn Blue Turn Red Turn Blue Turn Ich weiss das im Papier Red Turn Red Turn Blue Turn Red Turn Red Turn Red Turn Red Turn Blue Turn Red 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 Turn jetzt muss er was bestimmtes machen zum beispiel okay das war natürlich klar und der nächste denn abonnenten okay 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 Er maut, er maut. Was? Er hat so viel? Dein Ernst? Ja! Das ist alles Taktik. Also ich besiege ihn irgendwie. Nur mit was? Ja! Was? Ähm... Was hat der? Hat der Stein? Er hat Schere, er hat Schere, okay. Okay, jetzt kommt's noch warm. Bitte! Ja! Ich trau mich nicht gegen den Zuell. Der hat bestimmt Schere. Nein! Nein! Ja! Und das ist das. 3 zu 0 der Hetze. Was hat der links daneben? Hatte der, äh, Schere? Den, mit dem ich die ganze Zeit angreifen wollte? Ja! Ja, der hatte Papier. Ne, der... Ja, der links... Ja, der links daneben, das war diese Plattel da. Ach so. Ja, ja gut. Da hättest du nicht machen können. 3 zu 0 klingt natürlich bitter. Mal sehen, was das nächste Duell ist, aber 1 zu 0 in der Gesamtwertung würde ich schon mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Spiel. Das Duell geht weiter diese Nacht. Die sind nachts. Wenn's irgendwie möglich ist, dann so lange wie es geht. Na gut, bis zum nächsten Bad und ciao. Hmm. Vielen Dank.